Ich habe gerade die vorletzte Folge von One Piece geschaut und meine Güte, die drehen jetzt die Emotionen aber auch nochmal so richtig auf. Und ich war schon wieder in der Folge, wo mir die Tränen kamen, Leute. Es war der große Moment, wo Oda im Vorfeld gesagt hat, so, das ist der Moment. So, das ist vielleicht sein Lieblingsmoment, beziehungsweise der hat für ihn so gut funktioniert, dass er sich keine großen Sorgen macht. Und es war natürlich der Nami-Moment mit Ruffy, ja, der ikonische Moment. Der Moment, auf den alles angekommen ist, wenn es um Emotionen geht. Ja, ich habe ja nicht erwartet, dass mir schon die Tränen bei der letzten Folge gekommen sind mit Sanji und Zef. Nein, aber dieser Moment, wenn der ihn nicht bekommen hätte, ganz ehrlich, wäre es im Gesamten nicht so gut, wie es bis jetzt auf jeden Fall ist. Aber man hat abgeliefert, ey, wirklich 10 von 10, wenn es um diesen Moment geht. Es gab bei dieser Folge vielleicht auch Dinge, die nicht so gut waren, aber fangen wir vorne an. Ich muss direkt sagen, ich liebe jetzt schon Sanji und Zorro. Er wird Mooskopf genannt, ja, aber die beiden kriegen sich direkt in die Haare. Und für Zorro ist Sanji halt immer nur der Kellner. Finde ich gut. Ganz ehrlich, kann so weitergehen, genau auf dem Level. Ja, man muss es nicht zu sehr übertreiben. Aber wenn es so dieses brüderliche Zanken ist, perfekt. Also ich habe damit meinen Spaß. Ich hoffe, ihr habt genauso euren Spaß damit. Aber letztendlich ist es so, dass Sanji und Ruffy vor allem diejenigen sind, die an Nami glauben. Und die denken, dass da mehr dahinter stecken muss. Während Usopp und Zorro da vielleicht nicht so überzeugt von sind und sich denken so, ey, wozu? So, der hat sich dazu entschieden, die ist ein Along-Pirat. Usopp treibt natürlich so ein bisschen die Angst noch an. Wo ich auch sagen muss, das hat in dieser Folge auch super funktioniert wieder. Dass er viel mehr jetzt, wo es ins gegnerische Territorium geht, so ein bisschen unruhiger wird. Und ein bisschen mehr von sich gibt, wenn es um seine Angst geht. Und dass er ja die Insel gerne verlassen will. Oder dass er nochmal lieber aufs Schiff zurückgeht und so. Und das schon mal ready macht. Also hier muss ich sagen, auch wieder Crewdynamik. Absoluter Pluspunkt, ja. Das kann die Serie einfach. Und davon lebt die Serie. Und Sanji war letztendlich auch derjenige, der nun Jiko überzeugen konnte. Sich wenigstens mal, ja, anzuhören, was die zu sagen haben. Und dann selbst auch mal vielleicht ein bisschen mehr zu verraten. Und so tauchen wir in den Nami-Flashback ein. Und der ist natürlich hart, ja. Du hast diesen Tyrann und allgemein diese tyrannischen Fischmenschen, die jetzt einfach alles übernehmen wollen, die Tribut wollen. Und wenn du nicht zahlen kannst, dann war es das halt mit dir. Und so trifft es natürlich Bell mehr, wie es halt auch im Original war. Und ich glaube, eigentlich alle Flashbacks bis jetzt sind so nah dran am Manga, wie es nur geht. Also ich würde sogar sagen, der von Ruffy war vielleicht am weitesten entfernt. Wobei es trotzdem die gleichen Geschehnisse waren mit Shanks und seinem Arm und wie ihm der Hut gegeben wird. Auch wenn die so minimal geändert wurden, ja, diese Geschehnisse und Szenarien. Aber auch Namis Flashback, muss ich sagen, war eigentlich genau so, wie ich mich dran erinnere. Ohne jetzt groß zu viel auszulassen. Und eigentlich in meinem Kopf zumindest nichts auszulassen. Aber das ist natürlich auch lange her, als ich den Arlong Park nochmal in voller Gänze gelesen hatte, den Ark. Aber auch hier hat es funktioniert, ja, als Bermeer sich dann letztendlich Arlong gegenüberstellt und auch sagt, sie hat zwei Töchter, ja, und sie hat nur 100.000 Barry. Beide Töchter kosten jeweils 50.000. Heißt, sie kann sich ihr eigenes Leben nicht leisten und das war's dann, ja. Harter Tobak. Und was die Folge nochmal deutlich besser macht als die letzte ist, ist, dass du auch wirklich einen richtigen Hass auf Arlong entwickelst und du zwar mit dem Vorwissen des Mangas weißt, wo er herkommt und es trotzdem nicht rechtfertigt, was er hier gerade halt abzieht, beziehungsweise abgezogen hat. Ja, wir sind ja hier in der Vergangenheit natürlich mit dem Flashback, aber das ist auf jeden Fall eine Darstellung, wo du halt wirklich dem Ganzen entgegenfieberst, dass der endlich mal auf den Deckel bekommt, ja. Und dir einfach nur denkst, okay, Ruffy, jetzt geh zu dem und hau den auch mal einfach aufs Maul, ja. Und rette Nami in der Hinsicht. Also der ganze Aufbau mit Arlong, mit dem Flashback und Co. hat wieder gut funktioniert. Dann haben wir eine Kombination in der Folge bekommen, mit der ich null gerechnet habe und die beiden haben das Ganze so ein bisschen aufgelockert zwischendurch, was ich auch sehr gelungen fand, weil die auch noch so ein bisschen über alte Zeiten sprechen und so und Gab natürlich erstmal seine, was war's, zwölf Steaks bekommt und er in diesem Fall natürlich nicht Nein sagen konnte. Und was ich so gut an dieser Sache finde, ist, dass man mit Seth weitermacht, wie sehr er an die neue Generation glaubt und sogar Ruffy mit Roger direkt vergleicht, ja. Und ich meine, Miyok hat in der letzten Folge gesagt, ey, vielleicht schnappt Ruffy sich auch das One Piece, ja. Mal schauen. So unmöglich ist es nicht. Und das hat Gab schon nicht gefallen. Jetzt kommt der Nächste. Und Seth hat ja schon an Sanji geglaubt und deswegen damals sein Bein verspeist, weil er weiß, Sanji ist die neue Generation und das wird hier nochmal so ein großes Thema, wie es halt in One Piece immer der Fall ist. So die nächste Generation ist die, die letztendlich alles verändern wird, ja. Die neue Ära. Das ist immer das große Thema von One Piece. Genauso wie Träume und Koro ein großes Thema sind. Und ich finde, diese ganzen Themen, die One Piece ausmachen, werden hier bis jetzt auch perfekt umgesetzt. Also da fehlt es ja an gar nichts. Und hier wird es nochmal klargestellt, wenn es um Seth geht und Gab, der natürlich dem Ganzen nicht gut entgegengestellt ist, weil er halt nun mal auf der Marine-Seite steht und sein Enkel gerade ein Pirat geworden ist. Und um mal kurz bei der Marine zu bleiben, ich war ja unglaublich schockiert, als wir Ratte gesehen haben. Irgendwie habe ich überhaupt nicht mit diesem Charakter gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, wenn einer im Arlong Park rausgenommen wird, dann der. Aber der hat es reingeschafft und ist genauso schmierig und korrupt, wie man ihn kennengelernt hat. Und auch eigentlich eine 1 zu 1 Kopie aus dem Manga, was auch super funktioniert. Also auf den kriegst du ja auch einen Hass wie sonst was, weil er natürlich Namis Plan komplett zunichte macht, an dem sie natürlich ihr ganzes Leben gearbeitet hat. Ja, Nami hatte von Kind auf diesen Plan, das Dorf zurückzukaufen und zu befreien. Ja, mit 100 Millionen Berry, was du eigentlich in einem normalen Leben nicht unbedingt verdienst. Und so kommt es dazu, dass er sich das ganze Geld nimmt und das beschlagnahmt. Und das ist natürlich eine Sauerei, umso verzweifelter. Und verständlicher ist natürlich die Verzweiflung von Nami, die einfach überhaupt nicht mehr weiß, was die überhaupt machen soll. Und wir sehen auch einfach, Arlong, der besticht die Marine, wurde ja auch schon thematisiert. Und da muss man kurz hinzufügen, bevor wir zu Nami und dem großen Moment kommen, dass Jinbei erwähnt wird. Ja, auch einer der sieben Samurai der Meere, wie hier gesagt wird, was Arlong nicht so geil findet, dass Jinbei mit den Menschen gemeinsame Sache macht und vor allem mit der Regierung und Co. Was ist das denn? Ja, für ihn geht das ja absolut nicht klar. Aber ja, ich sag mal so, natürlich sind solche Erwähnungen immer sehr schön. Jinbei war auch recht früh tatsächlich erwähnt in der Geschichte. Und meine Güte, hat es lange gedauert, bis wir den kennengelernt haben. Ja, ewig hat es gedauert. Aber jetzt haben wir natürlich schon so ein gewisses Bild von den Samurai der Meeren. Und das ist natürlich ein Aufbau, der wichtig ist. Ja, Worldbuilding und die ganzen Fraktionen und Co. und Piraten, die genannt werden, die später dann wichtig werden, so alles schön zu hören. Vor allem natürlich, wenn man es schon kennt. Und da muss man natürlich direkt grinsen, wenn man so einen Namen gedroppt bekommt, obwohl es natürlich auch ein ganz normaler Aufbau ist. Aber gleichzeitig funktioniert es als Fanservice für uns, weil wir wissen, was es mit diesem Charakter auf sich hat. Und kennen auch natürlich die Verbindung zwischen Arlong und Jinbei. Aber kommen wir zum absolut ikonischen Moment. Sogar zwei ikonischen Momente. Erstmal den Nami-Moment und dann diesem ganz ikonischen Shot vom Rest der Crew, die jetzt Arlong Park aufmischen wollen. Wo Sanji vorne steht und Zorro an der Seite und sowas. Unglaublich, ja. Dass das so perfekt funktioniert, ich hab's nicht erwartet. Aber ich denke, die Nami-Schauspielerin Emily Rutt hat es so gut gemacht, wie du es nur hättest machen können. Und da sind auch die Tränen geflossen. Im Trailer, weiß ich noch, haben viele damals gesagt, oh, da sind ja gar keine Emotionen, die heult ja gar nicht richtig. Das war eine kleine Szene in dieser ganzen Sequenz. Ja, natürlich haben wir jetzt das komplette Bild. Und Oda hatte ja im Vorfeld gesagt, so, das ist so ziemlich so die große Szene für ihn. Und das funktioniert. Und da man das schon im Vorfeld wusste, hab ich mir eigentlich keine Sorgen gemacht. Aber ich hab mich auch immer gefragt, so, wie wird diese Szene aussehen? Und es ist einfach, ja, es ist so ziemlich eins zu eins. Auch Nami, die sich da in die Schulter dann sticht mit dem Messer. Was natürlich auch ziemlich brutal ist, wo man da gefühlt zusammenzuckt und sich denkt so, oh, hör auf damit. Ja, das ist ja widerlich. Was machst du da? Aber die hat natürlich dieses Tattoo an der Schulter. Ja, Alonks Tattoo. Und die will das nicht mehr. So, die will kein Part davon sein. Die war nie ein Teil davon. Man hat es ja nur gemacht, um Gutes zu tun für halt ihr Dorf. Aber dann kommt Ruffy und stellt natürlich eine Sache direkt klar. Und zwar, jetzt wird geholfen und jetzt wird die ein oder andere Faust verteilt. Und eine Sache ist wichtig, ja, für die, die neu sind. Vielleicht ist es etwas, was man gar nicht erst mal so richtig wahrnimmt. Aber, dass Ruffy ihr den Hut gibt, ist eine ganz große Sache. Bis jetzt hat er nämlich so gut wie niemanden an den Hut rangelassen und hätte den auch nicht einfach so weggegeben, ja. Außer wenn der mal vielleicht repariert wurde. Und der wurde ja vor allem davor von Nami repariert. Und er gibt ihr jetzt den Hut und wird ihr helfen. Ganz wichtig. Vor allem, dass sie jetzt nach Hilfe fragt. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Was wir bei weiteren Crewmitgliedern ja in der Zukunft auch noch haben werden, ja. Eine ganz wichtige Sache. Dass man fragt, dass Ruffy auch wirklich hilft und man nicht alleine für seine Probleme halt dann erst mal sorgen möchte oder verantwortlich ist. Sondern, ja, man zeigt, man ist eine Crew. Man hält zusammen. Nicht umsonst ist man diese Crew, weil wenn jeder nur sein eigenes Ding macht, dann fällt das auseinander. Was man bei Nami natürlich hier gesehen hat, die erst mal checken musste, dass Ruffy es auch für sie lösen könnte. Also ich muss sagen, unglaubliche Folge. Eine Sache muss ich aber noch ansprechen und die hat mich genervt und zwar Buggy. Mann, der war so perfekt, Leute. Und jetzt ist auf einmal die Nervensäge. Der hat mich ja so unglaublich genervt in dieser Folge, dass ich dieser Folge nicht die volle Punktzahl geben möchte. Und in der Mitte gab es so ein paar Längen, gerade im Flashback von Nami und so. Deswegen gebe ich vier von fünf Punkten. Der Rest hat aber super funktioniert. Ja, ich hoffe nur, dass Buggy nicht in der letzten Folge jetzt, weil er ja doch anwesend ist und sein Körper auch da hängt, dass der jetzt nicht irgendwie zu nervig wird. Ich hoffe, wenn er seinen Körper wieder hat, dass er wieder der Buggy aus Folge 2 ist und wieder diese perfekte Version, die wir bekommen haben. Ja, und vielleicht sogar einen Fischmensch als Gegner bekommen, weil jetzt ist er ja da, was im Manga und Anime nicht der Fall war. Also bin ich sehr gespannt, was mit ihm passiert. Aber bitte nicht die Nervensäge, Buggy. Ja, in dieser Folge war er unerträglich und das soll es erst mal von meiner Review gewesen sein. Ihr könnt natürlich gerne wieder eure Wertungen abgeben auf einer Skala von 1 bis 5. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, falls ihr neu sein solltet. Und natürlich auch dieses Video bewerten. Das würde mir auf jeden Fall aushelfen. Da würde ich sagen, jetzt ist Finale dran, Leute. Meine Güte. Eine Serie ist gut oder ihr erkennt, dass ihr eine Serie gut findet, wenn ihr eigentlich nicht wollt, dass sie zu Ende geht beziehungsweise wenn ihr mehr wollt. Und es ist schade, dass es jetzt nur noch eine Folge ist. Also bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.